Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, also Herr Müller, wenn es mit einer Reanimation schwierig werden könnte, dann doch mit der der Großen Koalition sollte sie noch mal aufgelegt werden müssen. Aber das war schon ein starkes Stück, Ihre letzten Sätze. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor ich mit meiner Rede wirklich beginnen möchte, die ich hier vorbereitet habe, muss ich doch so ein paar Zahlen mal gerade rücken. Das kann so nicht unwidersprochen stehen bleiben. Zunächst einmal möchte ich in Erinnerung rufen, dass das Gesamtvolumen des Finanzausgleichsgesetzes 2,2 Milliarden Euro beträgt. Und wenn jetzt sich hier die Koalition hinstellt und sagt, Sie haben 410 Millionen Euro in den letzten fünf Jahren zusätzlich ausgegeben, dann sind das 3,7 Prozent pro Jahr. Und ich finde, wir wissen doch alle, dass das Finanzausgleichsgesetz in einer solchen Schieflage sich befindet, dass es nun wirklich nicht um 3,7 Prozent mehr geht, sondern um eine grundsätzliche Neuaufstellung des Finanzausgleichsgesetzes. Und deswegen hört sich das für viele Bürgerinnen und Bürger an, dass das sehr viel Geld ist, diese 410 Millionen Euro innerhalb von fünf Jahren. Aber in Wirklichkeit ist es tatsächlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dann möchte ich nochmal auf den Punkt eingehen, dass immer wieder vorgetragen wird, Mecklenburg-Vorpommern sei eines der wenigen Bundesländer, das die Kosten für die Unterkunft der Flüchtlinge übernimmt, für die Kommunen. Das war vielleicht mal Mitte 2015 so. Aber wir wissen zwischenzeitlich, dass der Bund für alle Bundesländer de facto diese Kosten übernommen hat. Das heißt, als es dann wirklich relevant wurde und wirklich teuer wurde, hat es der Bund gemacht. Und davor, wissen wir alle, war es sehr überschaubar. Meine sehr geehrten, Damen und Herren, und dann möchte ich nochmal darauf eingehen, auf dieses 160 Millionen Euro Paket. Das war meines Erachtens die größte kommunalpolitische Frechheit, die wir in dieser Legislatur erlebt haben. Denn sie haben in einer kleinen FAG-Novelle, in der ganz kleinen, haben sie den Kommunen erst 40 Millionen Euro aus der Tasche gezogen. Sie können sich vielleicht noch erinnern, da haben nämlich die kommunalen Spitzenverbände gesagt, ihr habt da 40 Millionen Euro bei den Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis vergessen, um dann wenige Wochen später in einer großartig inszenierten Show diese 40 Millionen Euro für vier Jahre, nämlich dann 160 Millionen Euro zurückerstatten. Das ist aber das Prinzip linke Tasche, rechte Tasche. Und ich fand es einfach eine Frechheit, Geld, was den Kommunen zusteht, in einem großen solidarischen Hilfsakt oder Gebaren ihnen wieder zurückzugeben. Das war großes Schauspiel, große Frechheit, aber es hat den Kommunen unterm Strich nicht geholfen. Zudem, meine sehr geehrten Damen und Herren, fand ich eben gerade das Bild des Innenministers sehr schön, als er sagte, das Innenministerium und das Finanzministerium haben in den vergangenen Jahren an einem Strang gezogen. Die entscheidende Frage ist aber, haben sie auch in die gleiche Richtung gezogen? Und das möchte ich bezweifeln. Denn, dass das Finanzausgleichsgesetz jetzt auf das Jahr 2018 vertagt wurde, die große Novelle, ist ja Ausdruck dafür, dass Innenministerium und Finanzministerium eben unterschiedliche Richtungen des Strangs gezogen haben und sich deswegen nicht einigen konnten und es daraufhin zu der Vertagung kam und es gesagt wurde, in dieser Legislatur wird das nichts mehr. Wir machen jetzt mal ein ganz langes Gutachten und damit kann sich dann die nächste Regierung beschäftigen. Also großes Theater, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir müssen uns aber schon die Probleme im Detail anschauen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Herz unserer Demokratie schlägt in unseren Kommunen. Dort engagieren sich die Bürgerinnen und Bürger tagtäglich für unsere Gesellschaft. Starke Städte und Gemeinden sind das Fundament einer lebendigen demokratischen Kultur. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, das Herz unserer Demokratie schlägt in unseren Kommunen, aber das Herz dieser großen Koalition schlägt nicht für unsere Städte und Gemeinden. In den vergangenen fünf Jahren wurden die Kommunen an so kurzer Leine gehalten, dass vor Ort vor allem die Verwaltung des Mangels auf der Tagesordnung stand. Die Kommunalfinanzen waren so prekär, dass die Landesregierung vier Notpakete in Höhe von gut 400 Millionen Euro ausreichen musste. Ja, aber in der Relation zu 2,2 Milliarden Euro ist das schon nicht mehr so viel. Die Landesmittel sind, wie Sie sagen, 1,2 Milliarden Euro. Aber insgesamt hat der Finanzausgleich 2,2 Milliarden Euro Volumen. Und wenn wir sagen, dieses ganze Konstrukt ist in einer Schieflage, dann hilft es nicht, da noch 3,7 Prozent oben drauf zu legen. Das Problem ist größer. Und Sie haben das Problem ja selbst erkannt. Der Kommunalminister, zumindest auf seinen Parteitagen kurz vor der Wahl, hat ja verkündet, die, ja, auf dem CDU-Parteitag, hat verkündet, dass die Kommunen in Zukunft mehr an den Überschüssen des Landes beteiligt werden sollen. Das fordert die Opposition ja schon seit Jahren, meine sehr geehrten Damen und Herren. Also, bitte? Wir sind schon seit 2011 hier im Landtag, Herr Kokert. Ich weiß, so häufig haben wir Sie hier im Raum nicht gesehen, aber wir waren beständig anwesend. Meine sehr geehrten Damen und Herren, also, die, ähm, ja, wo war ich denn? Also, 400 Millionen Euro haben Sie ausgereicht, aber anstatt die Finanzierung der Kommunen nun auf verlässliche Füße zu stellen, haben SPD und CDU die dringend notwendige Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes zwischen Land und Kommunen auf das Jahr 2018 verschoben, obwohl die Koalition schon im Jahr 2011 in ihrem Koalitionsvertrag eine grundlegende Neuordnung vereinbart hatte. Und ich darf erinnern, der Zukunftsvertrag ist der eine, der sicherlich unter den Tisch gefallen ist. Ich finde den Punkt eigentlich noch viel bedauerlicher, dass nämlich eine grundlegende Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes unter den Tisch gefallen ist. Ja, was sollen Sie denn machen? Denen steht ja das Wasser so sehr bis zum Halse, dass sie ja gar keine andere Wahl hatten, als zu sagen, ja, machen wir das. Ich finde, das ist eine sehr ungleiche Situation und Sie wissen ganz genau, dass das Land da am längeren Hebel sitzt und die Kommunen müssen da mitmachen. Da müssen Sie selbst grinsen, Herr Renz. Ich finde das traurig, weil das ist wirklich keine schöne Situation für die Kommunen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, also das Prinzip linke Tasche, rechte Tasche ist hier in den letzten Jahren durchgeführt worden. Die Zukunft unseres Bundeslandes hängt wesentlich davon ab, dass unsere Gemeinden, Städte und Landkreise auch eine verlässliche und auskömmliche Finanzierung bauen können. Genau dies hat vor fünf Jahren auch die große Koalition in ihrem Koalitionsvertrag festgestellt, als sie eben schrieb, wir wollen einen Zukunftsvertrag aufstellen. Wir haben seinerzeit ausdrücklich begrüßt, dass sie dieses Vorhaben zumindest im Koalitionsvertrag definiert haben. Heute müssen wir nüchtern und mit Bedauern feststellen, dass sie das nicht umgesetzt haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Koalitionsvertrag, nein, Entschuldigung, der vielleicht auch, aber der Zukunftsvertrag ist nicht das wichtigste Element in der Kommunalpolitik. Das gebe ich hier gerne zu. Wichtiger sehe ich die Novellierung des FAGs ab. Aber der Umgang mit dem Zukunftsvertrag ist eben symptomatisch auch für den Umgang der Koalition und der Landesregierung mit den Kommunen. Ich will das an einigen Punkten verdeutlichen. Erstens, insbesondere ist die Frage der kommunalen Finanzausstattung bis heute nicht geklärt, weil sich SPD und CDU innerhalb der Koalition eben auf die angekündigte Reform des FAGs nicht einigen konnten. Es soll jetzt 2018 kommen, 2011 was vereinbart. Da liegen jetzt de facto sieben Jahre dazwischen, in denen nichts passiert. Das finde ich bedauerlich. Sie sehen, Sie ziehen sich auf die Notwendigkeit eines Gutachtens zurück. Sie sagen, da wird doch was gemacht, da wird begutachtet und dann können wir auf Grundlage dieses Gutachtens dann ein neues FAG aufstellen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist alles richtig gut und schön, aber ich glaube, es hätte auch schneller sein können, denn, dass hier nun drei Jahre lang untersucht wird, das ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass es möglichst nicht mehr in dieser Legislatur fertig sein sollte. Sie wissen alle, dass der Landesrechnungshof empfohlen hat, nehmen Sie doch die Kassenstatistiken, sind Sie viel schneller fertig für Ihre Datengrundlage. Das wäre sicherlich ein Punkt gewesen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, immerhin spricht sich jetzt auch der Kommunalminister Cafier von der Notwendigkeit einer besseren Finanzausstattung der Kommunen aus. Zumindest tut er das eben, wie gesagt, auf seinen CDU-Parteitagen kurz vor der Landtagswahl. Was hat er eigentlich die letzten Jahre gemacht, frage ich mich. Ich meine, es ist ja schön, dass die Erkenntnis zumindest am Ende der Legislatur kommt, aber es hätte vielleicht früher kommen können. Drittens, Sie verkennen die Lage der kommunalen Ebene, denn mit Ihrer Politik des Aussitzens tragen Sie dazu bei, dass in den Kommunen Investitionen auf die lange Bank geschoben werden. Der Erhalt der kommunalen Infrastruktur bleibt auf der Strecke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch die Leistungsfähigkeit im Bereich der sogenannten freiwilligen Leistungen ist immer mehr begrenzt. Leidtragende sind Ehrenamtliche und Vereine, vor allem im Sport, in der Kultur und bei der Jugendförderung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist doch sicherlich völlig unstrittig, dass wir einen Investitionsstau in den kommunalen Infrastrukturen haben. Hat der Landesrechnungshof im Übrigen zuletzt noch mal in seinem Kommunalfinanzbericht 2015 angemahnt und noch mal verdeutlicht, dass wir hier riesige Probleme haben. Und dass auch die Hilfsprogramme oder Notpakete, wie ich sie immer nenne, über 410 Millionen Euro das nicht beheben konnten in den vergangenen Jahren. Wir haben weiterhin ein strukturelles Defizit in den Finanzen der Kommunen. Statt der dringend erforderlichen Verlässlichkeit setzen Sie also auf reine Krisenpolitik ohne langfristige Lösung. So kann man Ihre Notpakete zusammenfassen. Das ist auch das Gegenteil von nachhaltiger Finanzpolitik, wie ich sie verstehe. Viertens, Sie ignorieren offensichtlich, dass ein erheblicher Anstieg der kommunalen Kassenkredite zu verzeichnen ist. Diese sind zum Ende des Jahres 2014 immerhin auf einen Rekordwert von 700 Millionen Euro gestiegen. Das ist ein Anstieg in den letzten drei Jahren von etwa 200 Millionen Euro. Das damit verbundene strukturelle Defizit nehmen Sie offensichtlich nicht zur Kenntnis, wenn Sie sagen, alles ist bestens. Denn das ist ja wohl die Botschaft heute vom Auftritt des Innenministers und der Vertreter der Koalition gewesen. Alles bestens. Die Zahlen sprechen aber eine andere Geschichte und haben eine andere Botschaft. Sie sind bei einem Rekordstand der Schulden in den Kommunen. Fünftens, bei der Stadtumlandumlage sind Sie wie ein Tier gesprungen und als klassischer Bettvorleger gelandet. Zur Erinnerung, im FAG bestand mal eine Stadtumlandumlage, die durch das Verfassungsgericht in ihrer damaligen Ausgestaltung gekippt wurde. Mit der aufgeschobenen Überarbeitung des Finanzausgleichsgesetzes wird auch die Neuregelung der Stadtumlandumlage vertagt, und zwar bis ins Jahr 2018. Dies ist unverständlich, da eine verfassungskonforme Umsetzung bereits seit April 2013 in der Schublade des Innenministers liegt. Die Städte stellen zusätzliche Leistungen und Infrastruktur für ihr Umland bereit. Ein entsprechender Ausgleich für diese Mehrkosten ist gerechtfertigt. Und das wird ja auch im Land noch nicht mal von den Umlandgemeinden bestritten. Das finde ich ja echt famos. Da gibt es eigentlich keinen Streit drüber. Aber unsere Zentren werden hier Jahr für Jahr um mehrere Millionen Beträge insgesamt gerechnet, kumulativ gebracht. Und das finde ich nicht gut, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und jetzt muss ich nochmals auf die sogenannten Kommunalgipfel der letzten Jahre zu sprechen kommen. Dort wurde nur Krisenpolitik betrieben. Die jüngsten Gipfel sollten Integrationskonzepte zwischen Land und Kommunen voranbringen. Aber was liegt denn nun nach über einem halben Jahr Gipfelei konkret als Ergebnis vor? Nichts. Wo ist denn das Integrationskonzept? Wir hatten es ja als Opposition, Linke und Grüne mehrfach angemahnt, hatten eine Aussprache dazu, hatten Anträge dazu, hatten Selbstvorschläge gemacht, wie man das gestalten kann, wie man sich auf den Weg machen kann. Dann hieß es, nee, brauchen wir alles nicht. Landesregierungen, Kommunen sind auf einem super Weg. Es gab ja schon den ersten Flüchtlingsgipfel. Es wird noch einen zweiten geben. Das wird, glaube ich, im April stattfinden. Von dem hat man nie wieder was gehört. Außer es gibt ein Ergebnis. Man hat die Verantwortung weitergeleitet auf den Bund. Der solle mal mehr zahlen. Das war der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich das Land zurückgezogen hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme daher zum Ende meiner Rede. Das Herz unserer Demokratie schlägt in unseren Kommunen, aber das Herz dieser großen Koalition schlägt nicht für unsere Städten und Gemeinden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.